Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Wofenbogenzimmern. Ja, der erste Flick ist fertig. Roggen ist in den Boden. Jetzt fahren wir in den Hof, füllen die Driller auf und dann kann Klaus-Peter die andere Ecke machen. In der Zeit können wir was anderes machen, weil Zeit rennt. Und wir müssen schon was machen wollen wir mal zwischendurch. Deswegen schicken wir jetzt gleich Klaus-Peter los. Wird genauso gut. Hoffe ich zumindest. Kann schon mal umstellen, ne? Dritte Kräuter. Klaus-Peter soll singen. Aber eh, es machen wir das Ding voll, weil sonst ist ja gleich ein Quellen drin, ich hab kein Saatgut mehr. Deswegen erledigen wir das eben vorher, ne? Boah, was ein Hoppelweg, ne? Wir müssen nämlich nur noch eigentlich, ja, wir können düngen, ne? Und Kartoffeln müssen wir hinten in die Waschanlage füllen. Das machen wir als erstes. Dann haben wir nämlich gerade den 412er wieder hier am Hof. Das ist ja nämlich schickifoini. Dann brauchen wir uns da nämlich nicht mehr drum kümmern. Ja, Maschinen müssten wir auch mal alle reinrollen, weil da irgendwie brauchen wir noch einen Schocken, ne? Aber wohin stellen? Gute Frage, nächste Frage. Wenn, dann müssen wir da vorne mal abholzen. Ich glaube, das machen wir auch. In der Fall. Das wird da noch hier hinter die Halle in den Schocken stellen. Hopp vor. Hopp vor. Also, Tritical ist eingestellt. Aber wenn ich das jetzt hier auch noch alles mache, dann rennt mir die Zoll so ein bisschen weg in diesen Endgame-Tag. Ich möchte hier noch ein bisschen nach Schöffel. Deswegen lassen wir das jetzt Klaus-Peter machen. Ich weiß gar nicht, habe ich hier schon Kurs? Was ist die? Speicher Linsky, ne? 84. Ich glaube, da habe ich noch keinen Kurs, ne? Ne. Da haben wir noch keinen. Gut zu wissen. Nun, wenn wir gleich ein Regenerieren. Das klingt ja so doof wie Kurs Regenerieren. Nochmal Regeneration. So. Kurs Regenerieren. 84. Vorgewende. Auf jeden Fall. Nee, scharf. 10%. Speicher. Hallo. Hat er gespeichert? Wisst ihr das? Ja, ne? In letzter Zeit hat er es nicht, ne? Weiß nicht warum. So. Das haben wir Schickifani fertig. Die brauchen wir noch hier. Ist das ja schon wieder alles fertig, oder was? Kannst du ja nicht sagen. War der Motor die ganze Zeit an, oder was? Das Ding ist auch wahrscheinlich das Schweinefutter wieder voll. Wetten? Und ich wollte Kartoffeln schippen. Mann, 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 Mann. Irgendwas ist ja immer, ne? Dann machen wir hier heute mal ein Bild von. Hallo? Echt, wir müssen Kartoffeln waschen. Das ist viel wichtiger. Ich glaube, da ist nichts mehr drin in der Waschbude. Oh, mich interessiert doch. Ist bestimmt wieder Schweinefutter voll, ne? Luki, Luki machen, Leute. Luki, Luki machen. Ja, Schweinefutter ist auch voll. Gewaschene Kartoffeln ist leer. Schickifani. Irgendwas ist ja immer. Mann, Mann, Mann. Schweinefutter müssen wir dann auch wieder zum Hof fahren, ne? Ich glaube, wir können bald Schweine kaufen. Wird ja immer mehr hier. So ein Chipken ist da, glaube ich, noch. So ein halbes Chipken ist da noch drin, ne? Machen wir das auch eben rein? So. Auch bald wieder voll hier. Ich glaube, wir müssen hier noch ein Dach hin platzieren für den Winter, ne? Nicht, dass wir irgendwann mal Lässe kriegen, dass uns das alle voll schneit oder so. Keine Ahnung. Ja, die stellen wir auch gleich wieder an. Uah. Das siehst du auch ganz bescheiden, ne? Das nervt mich hier. Dass man auch keinen Anhaltspunkt hat, wo man dann anhält. Dass man die da vernünftig reinschicken kann, ne? Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das finde ich ein bisschen nervig. Aber ich habe die ja wahrscheinlich Schickifani schlecht platziert, ne? Wer kennt es nicht bei mir? Mit platzieren habe ich ja echt meine Probleme. Oh, auch schon leer. Schickifani. Jetzt müssen wir mal was zu tun haben. Schweinefutter voll. Ey, das kann es nett sein. So. Warte mal eben hier. Weiß ich nicht. Ich muss ein Stück vorfahren. Oh, wie müssen wir mit dem Beutemann reinschicken? Ich habe ja gar kein Dings hier. Ich habe keine Schippe dran. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Aber wenn das über die fallen könnte, dann wird das manchmal echt wie es ein Eifer wird. Ich bin gerade konzentriert, deswegen habe ich noch nichts erzählt. Echt stritz, aber der macht seine Arbeit. Bist du noch an, ne? Ja, schickifonny. Diese Kartoffelnwaschel. Jetzt bin ich ja gespannt, ob das funktioniert. Ich glaube, ich habe die Befürchtung zu weit weggesetzt. Das ist meine große Befürchtung. Das passt auch gerade so, ne? Das passt auch echt gerade so, Leute. Mann, Mann, Mann. Irgendwas ist ja immer, ne? Hallo, ich tritt aufs Gas und der macht gar nichts für sitzlos hier. Manchmal ist das auch Verarscherei. Schickifonny ist das nicht, ne? Schickifonny ist was anderes. Muss man mal ganz ehrlich sagen, ne? Könnte man besser platzieren. Egal. Muss gehen. Wir brauchen gewaschene Kartoffeln. Dann ist man heute wieder mit dem Pfand. Es geht besser. Das Problem ist der Rutsch auf der Rampe. Und dann musst du ganz langsam vorsichtig dran fahren. Dann rutscht er trotzdem weiter. Und derzeit muss die Schippe runter. Ist nicht die beste Lösung. Weil ich die zu weit weg platziert habe. Der läuft. So, Leute. Ich sag dann aber erstmal Danke fürs Zugucken bis hierher. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen nach oben freuen. Ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, die auf diesen Chaos-Kanal und die wollten nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.